Hallo und herzlich willkommen zurück zu Megaman 7. Äh, ja. Dann wollen wir mal weitergehen. So, wir haben unseren Bruder getroffen. Ja. Mal gucken, was noch passiert hier. Ich werde mal... ...nach diesen Level erstmal Richtung... ...Wald bewegen. Mal gucken, was da auf uns lauert. Weil unser Bruder auch mal gesagt hat, von wegen so... ...Hey, wenn ihr Feuer habt, geht ins Zeltchen und da könnt ihr uns verlichten. Blablabla. Ach ja, stimmt. Hm. Egal. Zurück nochmal zu mir. Hey, äh. Ich laufe, ich laufe, ich laufe... ...denn, deck mir an. Ah. So, natürlich, wir gehen auf Nummer sicher und das ist auch das Wichtigste. Äh, äh, ja, was hat der Arm aus? Ja, du auch noch, komm, hoch, hoch das Beinchen, hoch das Beinchen, wundervoll. Oh, hier ist noch eine Schraube eingesammelt, keine Ahnung wie viel hier ist. Hm 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 Stachel zu fliegen. Nehmen wir das Schildchen. Machen wir das Schildchen wieder neu und hoch geht es. Oh, das wird knapp. Oh, aber wir haben es geschafft. Ok, müssen wir das Schnau sein. Yikes! Fuck! Fuck, fuck, fuck. Na ja, wir haben noch Zeit. So. Das ist doch einfach Kacke, ganz ehrlich. Ich weiß, ob es nicht hilft, aber es ist ein Schuss. Kann ich euch nicht irgendwie kaputt stopfen? Fuck, ey! Frau, ist das Kacke, ey! Jetzt geh ich mir hier auf den Sack, ey! Komm! Ich geh mir hier auf den Sack, geh mir auch nicht auf den Sack. Ich geh mir auch nicht. Boah! Das levelt auch irgendwie ziemlich easy aus, aber na ja. Ja komm, spring! Ich glaube, ich stehe auf den Sack vielleicht danach. Ich glaube, ich stehe auf den Sack vielleicht danach. Haha. Ne, ne, diesmal nicht mit mir. Und so. Geh mir nicht. Geh mir nicht. Geh mir nicht. Oh. Mit Speed-Klettern, vumm! Und ohn, simpfer. Ich bin grad scheißiger für hier durch. So. So. Cool Save-Stage. Wonderful gestaged. Und weiter geht's. Oh, okay. Ich bin grad noch nicht. War mir schonmal, glaube ich nicht. Okay auch. Oh, cool! Und jetzt? Es wird so lange warten, bis irgendwas passiert. Was geht hier ab, ey? Los! Ich will rein, oder was weiß ich? Davon muss man vielleicht auf der Obertur springen. Ey, fuck, ey. Ich werde das gerade nämlich zum Ammo klicken, ey. Ohne Kack! Was muss ich hier machen, hallo? Ne, 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 ne. Komm! Was ist hier nötig, ey? Ah, sehr schrecklich! Aha! Oh nein! Oh, bitte nicht! Fickt euch doch! Fickt euch bitte, ey! Komm, tut es für mich, ey! Okay! Nice! Gib mir nicht runter! So! Komm, was ist dran vor mir? Ich hoffe mal, dass das besser ist. Bei allem ist das besser geworden. Oh! Wie sucht ihr jetzt am Ziel? Jetzt kriege ich mal! So! Wie viel Leben haben wir noch? Ich hoffe mal! Wunderful! Wie viel Leben haben wir noch übermacht? Das ist vorbei! Komm, mach nun die Augen zu, sonst brich dir das Genick. Vielleicht mit Elektron. Joa, geht einfacher wohl. Äh, ja, coole Sache. Ah, nun unsere tägliche Profession. Profession, was sag ich da? Komm, such irgendwas Gescheites. Oder? Ach komm, scheiß Rock. Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich dieses hier. Ah. Oho. Wonderful. Ja, komm. Turboman. Was soll ich denn sagen? Totman. Okay, okay, okay. Hey, hör auf, ist okay. Na komm. Ach, egal. Schöne Farbe, allerlei. Jetzt geht's. Hier auf den Kragen. In den Kragen. Auf den Kragen. Ach, mir egal. Ich muss jetzt sterben. Fertig. Warum wird das nix? Haben wir gesale-staged? Haben wir gesale-staged? Oh Mann. Okay, dann waren wir da. Hat String. Das ist mir auch noch nie egal. So. Juhu. Nein. Natürlich. Ist noch grad faul, ein bisschen. Wir haben ein Leben. Es ist uns eigentlich tierisch egal. Aber. Hm. Ich wollte den Energietank haben. Wir haben gewohlt. Ich glaube, die schlimmste Stelle im Moment im Spiel findet. Okay, bis jetzt. Ich weiß nicht, wie Dr. Whitey's Level aussieht. War noch Whitey, oder? Ja, 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 klar. Alter, Pasha, Mann. So. Kommen wir das letzte Mal. Wenn wir's schaffen, dann hör ich auf. Bin ich denn nicht? Ja. Ach, Quatsch. Müssen wir drauf. Wow. Okay. Dann sag ich nochmal Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Mega Man.